Ich bin auch so nah. Da kann ich echt nichts für. Das war nicht beabsichtigt. Ich wollte nur... Dann sag die Ümerweise. Ja, aber du, ne? Was? Weißt du, ich frag mich. Ey, die Köpfe verschwinden. Das ist ja gar nicht cool. Echt? Die spawnen die? Ja, wenn du die nicht aufhängst, wir spawnen die. Die spawnen. Ja, die spawnen. Stimmt. Die spawnen ist ja was anderes. Baumfeld. Ach, wie schön. Das sieht niemand aus. Sieht ja alles noch so ungewohnt wieder aus. Oh, da kommt wieder runter. Aua. Kann das sein, dass er mir gerade einen auf dem Hinterkopf gegeben hat? Weil ich das hinten bei... Achso. Da bin ich einfach irgendwo drüber geflogen. Über eine Schildkröte wahrscheinlich. Da bin ich über irgendwas gestolpert. Mit dem nicht, kannst du auch nur du sein. Ach, wie schön. Weißt du, ich hab dich ganz doll lieb. Ich hab dich ja ganz doll lieb. Ja, 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 ja. Aber nur wenn du schläfst. Ich der war schreibe ich eh nicht mit. Da kann ich nicht mehr. Schade, ich wollte hier direkt auf dem Felsen eben ein Feuerchen bauen. Das Schöne ist, hier gibt es auch drei Teiche direkt in der Nähe. Also Wasserproblem hast du auch keinen. Oh, Schatz. Alter, ich hab schon wieder einen hängen. Ja, wieso kannst du ja auch durch aus dem Tümpel da drumrum Wasser schöpfen eigentlich. Du kannst hier Wasser schöpfen, ja. Alter, ich hatte doch gerade noch einen Busch. Das hörte sich jetzt sowas von falsch an. Meinte ein Blaubeerbursch. Aber aus dem Wasser hier kannst du nicht tragen, oder? Ich muss gerade dringend was essen. Jetzt ist mal ein Blaubeerbursch weg. Also wenn du Hunger hast, ich hab auch einen Lurich auf dem Grill. Ich hab eigentlich auch noch drei Lurchis. Ich glaub, ich baue mal so einen Essens-Rack. Sonst wäre mal eine Lurchis schlecht. Das wäre vielleicht eine gute Idee, eigentlich. Ganz viele Knochen liegen hier. Achso. Das muss so. Ja, ich hab schon ein Feuerchen. Nee, da auf dem Fall ist es nicht mehr drauf. Achso. Ich hab hier ein Feuer gebaut. Hat im Bio auch schon ein Feuerchen schon gebaut? Ja, für die Typen, aber nur für sie zu essen. Ja. Ist ja egal. Ach, da ist der durch. Achso. Achso. Hast du die Typen getrickt? Mach Racky Rack. Ja, bau mal. Ein Rack. Rack. Racklet. Racklet. Nein, das wollte ich nicht. Was ist das Rack? Huh? Was? Racky Rack. Such grad'n Platz, wo ich das Racky Rack. Das stelle erst mal ins Wasser. Nimm mal ne anderen. Achso. Oh, sorry. Gelöscht. Becci Rack. Nimm Bios Feuer. Aber ich geh mal eben Stickie suchen. Weil ich blöd finde, dass du mal ne Landschuldkröten ja kein Fleisch kriegst, oder? Nee, leider nicht. Börsch hat aufgefallen. Habe ich mich zuerst auch drüber geärgert, aber das machen die Krokodile auf jeden Fall weg. Weil die trocken nämlich das Brauchzeit von dem Fleisch. Die machen Schuldkröten auch. Echt? Ja. Bei General Bid. Naja. Also die Rasserschönen Kröten. Oh. Was machst du da? Da war mein Lurch. Brauchst du mal etwas mit? Brauchst du mal bitte mit? Da klaut die ja die ganze Zeit die Lurch. Weißt du, die ne Süße waren während der Arbeit. Klaut die ja von der Nase weg. Da liegen überall kaputte Panzer und so weiter. Da war ich nicht. Da war ich die ganze Zeit. Nee, ist noch nicht ganz fertig. Was fällig gebaut? War wreck. We're wrecking wreck. Ja, deswegen würde ich jetzt gleich das Fleisch. Ich baue eben nochmal ganz schnell hier was im Sübeln hin. Ein Voter-Kollektor. Ja, das ist gut. Ein Voter-Kollektor. Ah, Voter? Ah ja, äh, kannst du ja neue Panzer hast du ja dann. Die müssten ja überall rumfliegen. Lüge ich überall. Ja. Ja, das war ich aber nicht. Der war ich. Und so war ich. Ich habe jetzt schon mal Fleisch aufgehangen. Geht auch sofort. Ich glaube, wir haben auch die Loks. Hahaha. Das ist noch ein Stück Fleisch. Aber schon geil, aber schon wieder fressen da. Ja, das ist schön. Ich will den aufhängen hier. Wir wollten eigentlich nur eben ein Häuschen machen, damit wir safe sind, ne? Ja, machen wir eben so eine kleine Nebenbasis. Ja, mal eben. Vor allen Dingen mal eben klein. Ja, genau das. Mal eben eine kleine Nebenbasis. Mal eben, ganz so spontan, ganz zufällig mal eben 102 Loks. Ist klein. Wenn ich früher nicht noch höher gemacht habe, ich wollte erst noch höher. Dann hätte ich dich erschlagen. Das glaube ich nicht. Ein Baumstamm. Was glaube ich? Sowas machst du nicht. Sicher? Ja. Ja. Bin zu allem fähig. Ich bin eine Frau. Die anderen Loks sind bestimmt ins Wasser geplumpselt, oder? Wird gerade nicht. Hier hinten müssen auch so viele sein gerade. Ich habe gerade glaube ich drei oder vier Bäume abgerissen. Da. Ach ja. Ich sehe gerade. Da. Ach da. Da. Wie sieht man da anderen Loks? Hä? Ah da. Hinten mal. Hier oder nicht. Da. Hier liegt auch noch einer hier. Oh. danke ihr steht doch genau da wo ich am film bin nein wir sammeln wir stehen ja nicht wir laufen und sammeln lox noch 29 0 von 29 0 lox gerade in der hand hast ach so genau und war ja was zwar nur nicht so in kalten höhlen aufhält ich erforsche ich bin kein grottenforscher und hier noch irgendwo lox schön gekonnt überhört oder wie nennt man das was hab gesagt ich bin kein grottenforscher das ist nicht meine aufgabe ich muss mal eben gleich was trinken trinke die trink 19 lox noch was ich geil finde dass man mit lox tauchen kann ja eigentlich sehr unreal er kann alles ja du bist der hero auf so ich fände schon klasse dass der überhaupt zwei lox trägt ja für das was er immer so schnell aus dem atem ist und um stöhnen ist er trägt zwei baumstämme aber nur ein gegner ja eben und da hat er schon die probleme mit alleine gegen einen gegner mal und dann auch welche ist noch ein baumstimmchen Baumfeld! Baumfeld! Achtung! Elf brauchen wir noch! Ich habe voll den Lootfinger! Spiels auch wohl? Nee, aber zack, 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 zack! Nee, muss ja auch wegen den Federn teilweise! Also verhungern tun wir auch nicht! Definitiv nicht! Oh nö! Scheiße! Aua, 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 Aua! Ich muss mal eben umcraften! Ja, ja, ich mach gerade mal an! So! Bei meinem Glück verreckt er jetzt nicht! Stirb leise doch mal! Mit einem Schlag hat er mir mal eben meine ganze Musik weggehauen! So! so heute mal eben aufs feuer steiner hier ist eine dose durchrüstung oder kannst du siehst du gar nicht weiß ich aber die dose siehst du die dose genau vor dir sie nur bei mir gespawt getroppt ach so wenn die da manchmal verlieren ja das machen die nur auf ich fehler noch ein bäumchen wir brauchen auch sieben loks hier immer die blöde bauerei das nicht blöde ich bin müde war heute sehr heavy anstrengend wir wollen die kann dich die loks so schnell weg also war die 5 feuer dann ist die sporen sehr schnell finde ich irgendwie die rollen auf nur heavy schnell weg die rollen einfach mega schnell weg aber das feuer ist zerstört war ich aber nicht das geht automatisch irgendwann kaputt irgendwann geht es kaputt also das hält auch nicht so lange weil es ja nicht das große ist ein locket die lok brauchen wir noch ich suche gerade ob wir nicht noch irgendwo hier einen rumliegen wartet mal wo war denn das feuer jetzt ach so hier aber wir haben schon mal knochen ach komm wir einfach noch mal einen runter da sind voll viele vögel viele vögel? da sind ins feuer gefliegt ach du lausse noch mit einer mit einer wasserrüstung rum ja kommt die schlagerung ich hör irgendwas so jetzt aber fertig gebaut jetzt können wir speichern gut 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 die noch einmal nicht weil er es hat mir automatisch sein nein aber er soll nun wird als er war als anbring kann es weil ich meine da war es nämlich nicht doch kann man ob ich auch gemacht ich weiß das nicht mehr immer noch nicht genau also ich sehe es sogar schon unsere unveröffentlichten Folge 1 Prozent Staffel 1.5 Obel jetzt erwartet aber wir speichern jetzt sehen ich habe jetzt den Haken für bestätigen immer noch und was der bleibt mir jetzt im Gesicht weicher jetzt muss erst was essen fertig also wir haben jetzt gebaut Höhlen also zweimal Höhle so lass mich mal mitduscheln hier warum hat der eigentlich Zeitungen und dann Kopfkissen als Schlafplatz verstehe ich nicht weil du da schlafen kannst der hier aber warum sind da Zeitungen zum Drauffliegen der hat kein Papier genommen oder so Blätter Entschuldigung ich will nicht wissen was der mit der Zeitschaft gemacht ja sich ein ähm ja sag ich jetzt nicht laut was 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 ja ja der Busch die Busch ich hatte hier noch ne da hinten ja hier ist noch am Feuer ist noch ein leckeres Lurchi ja ist die Nummer der fühlt sich voll einsam einsame Lurchi so ich gebe doch nicht müsste mal regnen damit wollen wir was zu trinken haben ich muss jetzt leiser sein es knatscht was ich bin ich müde ein wohnert wie ist ich bin ich bin ich bin da hinten kommt kommt und kann die Bahnen gerade an übernommen ich sehe nur was an leuchten noch mal hier im Westen noch mal ein Wort habe ich hab ein Loch gefunden aber weißt du was mir noch fehlt dass man aus den Hasen auch großen machen kann ja man kann halt nicht alles haben hörst mich obwohl ich so leise bin ja 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 achso ich bin hier am Sammeln ich kriege jetzt meine Kinosahne soll man noch eine Bank bauen hier? mach du mal dann bauen wir die Bank hin und hier so? hier so in die Richtung wo die Bank hin? hier so in die Richtung hier so zwischen dann könnten wir hier in der Mitte so ein Lagerfeil hier so in die Richtung hier so in die Richtung als ziemlich ungerade deswegen habe ich hier so ein Plattor gebaut gehabt das geht aber wir wollen jetzt gleich nochmal mal voll mit dem Aachen ja gestoppt wieder überlänger nee Futter einfach heimlich heimlich einfach nochmal Pause Aufnahme Ende drüben und einfach nochmal gedrückt für weiter Aufnahme und ohne diesmal gute Begrüßung echt? ich bin einfach so böse dann sagst du für dich Bescheid komm her, ich versuch dir den Arsch komm her du weg du klatsch du klatsch kriegst von mir an sich ist die Insel ja geil man könnte sich ja eigentlich auch von der Plattform rüber bauen zu den Baumplattformen müsste mal gucken aber das verbraucht auch verdammt viel Holz also oder du hättest ja ja klar oder du hättest hier den Baum hätte man stehen lassen müssen und hätte dann von hier aus zum nächsten Baum ja man muss es ja jetzt ist es ich muss leider irgendwas trinken hier zack braucht noch jemand ne Spreit oder sowas oder soda ist er ne ne ich hab noch ich hab auch so na die andere Folge weil weil sie mir abgeraucht ist durch die Windows-Taste was länger geworden ist mach ich dir mal was kurzer und dann werden wir mal uns alle ins Weppchen begeben also ich auf jeden Fall ja ich muss ich will heute hier schon arbeiten ach ich muss heiße sein so dann speichern wir nochmal ach ja ist da wunderschön jetzt haben wir hier nochmal so ne kleine Mini-Basis und dann ja schön schön ja liebe Freunde dann bis zum nächsten Mal und wieso seid ihr alle denn so Skeletti mäßig darf ich den mitspielen auch wenn ich kein Skeletti bin was darf ich doch in eurer Bande sein auch wenn ich nicht mehr so knochig bin ja er hat auch das Knochen-Gesicht hab ich auch Knochen-Gesicht oder nicht ja ja ich ja nicht echt ja ja dann tschaui popaui bis zum nächsten Mal und tschu mit äh die tschau tschu tschau los ja ja ja